Alles klar, wir haben eine Idee, was jetzt? Wir kamen in dem Talk jetzt, du hast DHDL gesagt, die Höhle der Löwen. Eigentlich müsste man die Höhle der Löwen für Schule machen. Wahrscheinlich. Moment, wahrscheinlich. Ich denke jetzt gerade, sorry. Vielleicht machen wir das noch. Also ich glaube, wir brauchen Vehikel und, wie sagt man, Katalysatoren. Ich glaube, das ist der richtige Begriff für Ideen aus der Schule. Und es gibt ja großartige Beispiele. Ich glaube, Daniel Jung ist ein Beispiel. Ich habe das im Vorgespräch gesagt. Ich glaube, ohne dich hätten viele aus meinem Matheleistungskurs sehr alt ausgesehen. Und das war auch bei uns im Matheleistungskurs gar kein Thema, auch teilweise Videos von dir zu sehen, weil es Lehrunterstützung ist. Und es ist nicht nur, unsere Lehrerin war nicht gut. Und meine Mathelehrerin ist wahrscheinlich die Person in meiner Schulzeit, die mich mit am meisten geprägt hat. Weil ich da...